Inspektrum, der Podcast aus der deutschsprachigen A-Spec-Community. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Live-Folge von Inspektrum zum IA, zum International Asexuality Day. Heute gibt es wieder eine Dosis Ace-Weck-Repräsentation, genauer gesagt Ace-Repräsentation. Ja, mein Name ist Finn, ich verstehe mich als aromantisch und grey-ace, ich bin 27 Jahre alt, komme aus Österreich, bin weiß und verwende keine Pronomen. Und bei mir habe ich heute... Hi, ich bin Orca Delphine, meine Pronomen sind M&Ms, ich bin 26, bin ebenfalls weiß, komme aus NRW in Deutschland. Und zu meinen Labeln gehören Raven Collector, Pan-Oriented Arrow, Ace, A-Gender-Flug, Adex-Sexuell, Niveri-Sexuell und Spoonie. Ja, und wie schon gesagt, heute haben wir als Thema Ace-Repräsentation vor allem und stellen euch das Spiel Ace in Space, an Asexual Dating Sim vor und sprechen vor allem auch über die queere Repräsentation und ich darf jetzt schon spoilern, es ist nicht nur Ace-Repräsentation in diesem Spiel. Ja, wie gesagt, Spoiler für das Spiel, sage ich gleich am Anfang und Orca hat euch die Content Notes mitgebracht. Genau, und davon haben wir ein paar, die findet ihr übrigens auch auf der Website von dem Spiel, beziehungsweise dem Studio, was das Spiel gemacht hat. Die CNs sind einmal psychische Erkrankungen, spezieller Angststörungen, Angstzustände, Depression, Panikattacke, je nachdem, welche Entscheidung im Spiel getroffen wird. Außerdem Krebserkrankungen, inklusive jahrelanges Nicht-Ernst-Nehmen durch ÄrztInnen und dadurch vertane Heilungschancen auf der Erde. Chemotherapie und deren Auswirkungen werden erwähnt, dazu noch Tod, Charaktertod, Mord, Leiche, aber nicht explizit. Außerdem Suizid, Suizidgedanken, Alkohol kommt vor, Sex, sexueller Content, allerdings nur in einem Film, den die Charaktere sich anschauen. Das heißt, es wird nicht gezeigt. Dasselbe gilt für Untote, Zombies und Ghule. Je nachdem, welche Entscheidung im Spiel getroffen werden, kann das vorkommen. Und Mobbing in der Schule wird erwähnt. Genau. Und ein großer Teil der CNs, also gerade der letzte Teil, ist stark davon abhängig, welches Ende oder welche Entscheidungen getroffen werden in dem Spiel. Es ist ein Visual Novel, in dem eben Entscheidungen getroffen werden und durch die spielende Person und es zu unterschiedlichen Enden kommt. Und je nach Ende haben wir auch andere Content Notes, die relevant sind. Genau. Dann möchte ich mal darauf eingehen, dass ihr natürlich jederzeit in den Chat schreiben könnt. Wir nehmen das hier auf und werden diese Live-Folge auch als reguläre Folge veröffentlichen. Wenn ihr etwas kommentieren möchtet, dann kann es sein, dass wir das vorlesen, wenn ihr etwas in den Chat schreibt. Wenn ihr nicht wollt, dass etwas vorgelesen wird, dann könnt ihr auf Twitch das VoteNay machen, also Doppelpunkt, VoteNay, Doppelpunkt, dann lesen wir das nicht vor. Und wenn ihr nicht wollt, dass euer Nickname, Username vorgelesen wollt, dann gerne das Smiley mit der Sonnenbrille dazumachen, also Doppelpunkt, Sunglasses, Doppelpunkt. Jetzt sollte der Vorstellung von dem Spiel nicht zu meinem Wege stehen. Hallo, hier Finn aus der Nachbearbeitung. Ich möchte nochmal kurz darauf hinweisen, dass diese Folge live am IAD, also am International Asexuality Day, am 6.04. dieses Jahres aufgenommen wurde. Es gab dazu einen Livestream auf Twitch, bei dem Orca und ich auch Bilder gezeigt haben. Die Videospur ist leider verloren, weil wir die falsche Einstellung drinnen hatten. Das können wir nächstes Mal besser, tut uns leid. Aber wir beschreiben die Bilder auch in der Tonspur, also, aber wenn ihr jetzt hört, wir zeigen Bilder und dann beschreiben wir was, dann wisst ihr, diese Bilder wurden in der Live-Aufnahme gezeigt. Und die Leute, die live auf Twitch dabei sind, haben sie auch gesehen. Aber jetzt müsst ihr euch mit der Beschreibung zufrieden geben. Tut uns leid. Nächstes Mal besser. Genau, und den Link zu dem Spiel, also zu Ace in Space and Asexual Dating Sim, findet ihr auch in den Shownotes. Das war's dann auch schon wieder. Und jetzt hört gerne die Folge weiter. Orca, möchtest du uns ein paar Daten zu dem Spiel nennen? Ja, gerne. Also, Ace in Space ist ein Spiel, das ihr bei Steam spielen könnt. Es ist ein Dating Sim und ist von Cadaver Carnival Studios. Den Link dazu packen wir euch auch gleich in den Chat. Da findet ihr dann auch die CNs, die ich eben genannt habe. Das Spiel ist auf Englisch, genauso wie die Website und auch die CNs dort. Und das Spiel ist vom 14. Februar 2020. Und neben den CNs gibt es zum Bereich Barrierefreiheit bei diesem Spiel noch das in den Einstellungen davon, das von Open Dyslexic ausgewählt werden kann. Es gibt zu Beginn des Spieles Infos über die Inhaltswarnungen und die Ermutigung, die nachzuschauen, wenn ein Mensch das Gefühl hat, dass das relevant ist. Und in den Einstellungen kann außerdem, können die Soundeffekte und die Lautstärke angepasst werden. Ansonsten, das Spiel hat 60 Speichermöglichkeiten plus sechs Quick-Safe-Möglichkeiten und sechs automatische Saves. Das heißt, ihr könnt da wirklich viel speichern und gefühlt an jeder Option, wo ihr euch entscheiden könnt, einen Speicherstand machen, um dann später von da aus weiterzumachen. Also ich bin da nicht an meine Grenzen gekommen. Manche Leute kommen da sicherlich auch mit an ihre Grenzen, aber es ist definitiv mehr, als ich je irgendwo als Speichermöglichkeiten gesehen habe. Ich hatte da auch keine Probleme damit. Aber ich habe ein paar genutzt. Ich auch, ja. Genau, das Spiel kostet 5,69 Euro. Und den Link zum Steam-Store, den packen wir euch einfach auch mal in den Chat rein, wenn ihr da Interesse habt. Und dann würde ich einmal die Zusammenfassung vorlesen, die englische. Finn, wenn du magst, kannst du es dann auf Deutsch übersetzen. Okay. Your name is Adrian Clark and you've been given the opportunity to live the rest of your life on a distant planet under the watchful eyes of benevolent robots. Help shape society on T3R4. Build relationships with the other settlers and keep Earth updated through your blog. Ja, das heißt so viel wie, dein Name ist Adrian Clark und du hast die Chance, den Rest deines Lebens auf einem entfernten Planeten zu verbringen. Unter den wachsamen Augen von wohlwollenden Robotern, hilf die Gesellschaft auf T3R4 zu formen, baue Beziehungen mit anderen SiedlerInnen auf und halte die Erde durch Blog-Updates auf dem Laufenden. So ungefähr. Genau. Ja, ich dachte, wir fangen dann einfach mal damit an, die Ideen-Protagonistin vorzustellen. Was hältst du davon? Gute Idee. Genau. Und zwar spielen wir Adrian Clark, beziehungsweise später Envy Clark. Die Person benennt sich nämlich im Laufe des Spiels, beziehungsweise der Geschichte um. Envy ist nicht binär 19 Jahre alt, ist krebskrank, also hat Lungenkrebs und hat zu Beginn nur noch, oder ÄrztInnen sagen zu Beginn, dass Envy nur noch ein bis eineinhalb Monate zu leben hat. Envy wurde jahrelang nicht ernst genommen und die Symptome, die Envy gehabt hat, wurden auf Envys Anxiety geschoben. Und als der Krebs dann gefunden wurde, war er schon so weit fortgeschritten und die Chemo erfolgreich. Und es gibt erst einmal keine Heilungsaussichten mehr auf der Erde. Ja, Envy hat einen Blog unter dem Namen An Ace in Space auf Bumbler. Envy nutzt allerdings auch Tweeter, YouTube und Instapix und macht auch Vlogs und so weiter. Möchtest du weitermachen, Orca? Ja, ich versuche gerade noch, das Bild euch zu zeigen, weil das natürlich das Einzige ist, was ich vergessen habe, einzustellen. Wenn du ganz kurz weitermachen könntest, Finn, das wäre super. Ja, klar. Also, das Icon von Envy ist Bipok. Envy hat schwarze, lockige Haare, grüne Augen, trägt eine blaue Mütze im Beanie, ist auf diesem Bild auf Bumbler, beziehungsweise auf den anderen Social Medias, hat eine herausgestreckte Zunge mit einer Schneeflocke drauf und man sieht Schnee im Hintergrund. In den meisten Bildern in dem Visual Novel trägt Envy einen grauen Beanie mit einem kleinen Totenkopf vorne, goldfarbene Ohrstecker, ein grün-weiß gestreiftes Langarmshirt, etwas, was aussieht wie ein schwarzes Halsband, oder wir deuten das so, und eine lila Latzhose mit drei Buttons vorne, von denen ist ein Button, auch die Non-Binary-Flagge und nach der Chemo hat Envy auch eine Glatze, das ist dann auch auf den meisten Darstellungen der Fall. Sie ist aber eigentlich nicht wirklich so zu sehen, weil Envy meistens die Mütze drüber trägt, sodass es nur in einzelnen Bildern auffällt eigentlich. Genau, so. Ihr solltet jetzt das Bild auch dazu sehen, da ist nicht nur Envy drauf zu sehen, beziehungsweise Adrian Clarke, sondern auch unsere Dating-Optionen schon drauf angeteasert und nochmal der Titel Ace in Space und eine Ace-Flagge. Das Aussehen der Dating-Optionen werden wir nachher beschreiben. Genau. Und auch noch Bilder zeigen, oder? Genau, das auch. Ja, ich denke, soll ich dann gleich mal weitermachen mit der Ausgangssituation, oder? Ja, genau. Also zu Beginn des Spiels befinden wir uns auf der Erde in British Columbia. Adrian lebt bei der Eltern und wir lesen am Anfang Blogposts und der neueste Blogpost liest sich sehr hoffnungslos, weil er quasi nach der Feststellung kommt, dass die Chemo nicht hilft und dass Adrian eben erfahren hat, dass Day nur noch ein bis eineinhalb Monate zu leben hat und wir überlegen, was wir, oder beziehungsweise Adrian überlegt, was Day noch machen soll in dieser restlichen Zeit und überlegt, durch Europa zu reisen und fragt auch die Followees, die eigenen Followees, wie das Wetter in Frankreich so ist und so Sachen. Genau. Und dann landet ein UFO, würde ich sagen. Ja, genau. Ganz plötzlich ein UFO. Ich glaube, es war irgendwie auf dem Sportplatz oder sowas. Der Schule, genau. Auf dem Sportplatz der Highschool. Ja, genau. Und ja, Adrian bekommt das über die Nachrichten mit und das ist relativ nah zu Adrian. Und ja, wir bekommen dann auch mit, dass Adrian ja so in Gedanken so ist. Hoffentlich kommt es nicht her. Aber ja, gut, es wäre irgendwie unlogisch, wenn es nicht so wäre, weil dann wäre das Spiel an der Stelle vorbei. Deswegen, ja, keine große Überraschung. Da kommen auf ihn einmal Schritte näher und wir sehen einen großen Roboter vor dem Fenster und haben dann auch tatsächlich die erste Entscheidung im Spiel, wo wir nämlich sagen können, entweder wir verstecken uns oder wir öffnen das Fenster. Und wenn wir das Fenster öffnen, dann sehen wir dort einen, was waren das, ungefähr zehn Fuß großen Roboter. Ganz genau weiß ich es nicht mehr. Es war auf jeden Fall irgendwas. Er ist übermenschen groß. Ja, genau. Also er ist übermenschen groß, aber nicht so groß, wie der Reporter ihn am Anfang beschrieben hat, soweit ich mich erinnere. Ja, genau. Also da kam direkt, das fand ich auch sehr realistisch, der Reporter war so, oh mein Gott, dieser Roboter ist riesig groß und du hast dir dann vorgestellt, ich weiß nicht, da kommt dann irgendwas von mindestens, weiß ich nicht, über drei Meter, vier Meter oder so an und dann guckst du dann bei Envy aus dem Fenster und das ist, ja, es ist etwas größer, aber da steht jetzt kein, weiß ich nicht, Hausgroßer Roboter davor. Genau, ja. Und dann, ja, wenn wir das Fenster öffnen, können wir mit diesem Roboter reden und der fragt uns, ob er uns mitnehmen kann von dieser Erde und wir sind erstmal ein bisschen sehr, ja, auch vorgeprägt, wahrscheinlich durch Roboterfilme, die wir schon mal geschaut haben und irgendwelche außerirdischen Wesen, die auf der Erde landen und verstehen das dann erstmal so, dass die Roboter uns von unserer Existenz erlösen möchten, indem wir halt sterben, was aber dann zum Glück nicht so ist. Der Roboter heißt übrigens Zipper oder Zipper und erklärt uns dann, dass er uns mitnehmen will auf einen anderen Planeten, wo wir quasi eine menschliche Gesellschaft aufbauen wollen oder wo sie eine bessere menschliche Gesellschaft aufbauen wollen und dass wir auch unter anderem deswegen ausgewählt wurden, weil wir eben an Krebs erkrankt sind und auch marginalisiert sind und so weiter und sie gerade diese Menschen suchen, um sie eben auf T3R4 zu bringen beziehungsweise später Neoterra wird der Planet dann umbenannt. Genau und wir erfahren da auch, dass sie neben unheilbar Erkrankten wie zum Beispiel uns auch solche Leute holen, die obdachlos sind oder irgendwie ungewollt in unserer Gesellschaft auf der Erde, weil sie glauben, dass die Leute ein Leben verdient haben, wo sie dann größeren Einfluss haben auf die Gesellschaft und dass sie auch besser dafür geeignet sind durch das, was sie vorher erlebt haben, durch die ganzen Probleme und schwierigen Zeiten, dass sie dadurch eine Gesellschaft formen können, in der es weniger Leid gibt, in der mehr Rücksicht aufeinander da ist. Einfach dadurch, wenn Menschheit selber Schlechtes erlebt hat und es schwierig hatte, ist es vielleicht wahrscheinlicher, dass ich dafür sorge, dass es anderen nicht so geht. Ja, genau und wir haben aber die Wahl, ob wir mitkommen wollen oder nicht. Wenn wir Nein sagen, haben wir, glaube ich, zwei, dreimal die Möglichkeit, uns umzuentscheiden und dann ist das Spiel aus, wenn wir auf Nein bestehen. Wenn wir Ja sagen, dann geht die Reise los. Genau. Wobei, davor gibt es auch noch eine sehr cute Szene, nämlich während wir unsere Sachen packen, trifft Zipper, also der Roboter, auf eine sehr seltsame Kreatur, wie Lazy sie nennt, und zwar die Katze Zoe, die da rumstreift und sich dann von Zipper streicheln lässt. Genau, und da erfahren wir eigentlich auch schon, dass diese Alien-Robot pazifistisch sind, dass sie generell verschiedenen Spezies helfen wollen und ihnen einen neuen Lebensraum auch ermöglichen wollen und so weiter. Ja, genau, wollen wir dann was kurz, was über den Planeten erzählen, auf den sie uns bringen. Übrigens auch mit der Annahme, dass sie potenziell unsere Erkrankung heilen können oder glauben, etwas tun zu können für uns. Das wäre vielleicht auch noch wichtig. Genau. Und dann kommt mal die Reise, aber dann kommen wir an auf T3R4. Und wir haben da, glaube ich, ein Bild von dem Planeten, oder? Ja, wir haben zumindest einen Ausschnitt, so richtig komplett gezeigt wird er nicht. Wir sehen auf jeden Fall, dass der Planet lila ist. Aber nur von oben. Genau, nur von oben. Von unten ist er sehr erdnah vom Aussehen und das wird erklärt mit irgendwie der Reflexion und Mikroorganismen in der Atmosphäre. Also sie bringen da auch eine Erklärung für. Ich habe sie gerade nicht mehr wortwörtlich parat. Aber es hatte irgendwas mit der Reflexion von Licht und Mikroorganismen zu tun. Und wir sehen dann halt unter anderem diesen kleinen Bildausschnitt, den wir euch hier mitgebracht haben und sehen da einen Pac-Man-Mond. Und ja, der Pac-Man-Mond ist toll. Ich meine, generell finde ich, das Artwork ist einfach super und das ist etwas, was ich wirklich schätzen kann, denke ich mal. Ja. Schon ziemlich cool. Und generell ist der Planet, aber ja, eben wie schon gesagt, er sieht nicht nur so aus wie die Erde von unten, sondern er ist auch recht erdnah. Sprich, es gibt ein ähnliches Klima hier auf der Erde plus eine Jahreszeit, wenn ich mich nicht irre. Wir haben nicht mehr vier, sondern fünf Jahreszeiten. Wir haben Pflanzen, die denen auf der Erde ähnlich sind, aber auch solche, die von der Erde eingeführt wurden, von den Alien-Robotern, die auch dann im späteren Verlauf auch Guardians genannt werden. Wir haben Tiere, die denen auf der Erde ähnlich sind, nicht ganz gleich, aber auch Tiere, die eingeführt wurden, wie eine Katze später. Ja, genau. Genau. Und wir haben auch später zum Beispiel, je nachdem, wie wir uns im Spiel entscheiden, an einer Stelle die Möglichkeit zu bitten, welche Pflanzen oder welches Essen wir vermissen, was dann noch mitgebracht wird quasi. Ich glaube, wir nennen da Nusssorten. Ja. Und dann wollen die Roboter, die dann als nächstes auf der Erde sind, dann halt auch schauen, dass sie dafür Samen mitbringen, damit die dann auch dort gezüchtet werden können. Aber auch direkt mit der Sache, dass ja Menschen Nussallergien haben. Und da haben die Roboter dann auch den Plan zu schauen, ob sie irgendwie die umzüchten können oder ob sie quasi ein Mittel gegen Nussallergien finden. Also dass sie da irgendwie schauen, dass ja die Pflanzen und das Essen, was es auf dem Planeten gibt und geben wird, dann auch möglichst für alle Leute, die dort leben, ja sicher ist zu konsumieren. Ja, ich glaube, ja, dann geht das so ein bisschen weiter. Wir sehen uns auf dem Planeten um. Das werden wir jetzt, glaube ich, nicht super viel darüber reden, lernen unsere Dating-Optionen kennen und haben dann hintereinander mehrfach die Möglichkeit, Zeit mit bestimmten Personen zu verbringen, die dann eben auch einen Einfluss darauf haben, ob wir die Person am Ende tatsächlich daten können oder nicht, wenn wir wollen. Ja, ich denke, wir stellen diese Personen gleich mal vor. Und grundsätzlich würde ich vielleicht sagen, einmal ja zuerst ist der Abschnitt, wo wir alles kennenlernen, wo es auch so ein Town-Meeting gibt, wo wir auch lernen, wie das alles läuft auf diesem Planeten und in dieser neuen menschlichen Gesellschaft. Und dann haben wir quasi zum ersten Mal die Möglichkeit, uns mit einem Teil der Leute zu treffen. Da muss man auswählen, mit wem die spielende Person sprechen will. Also dann ist ein Zeitsprung und wir haben nochmal eine Auswahl. Und dann gibt es noch eine dritte Auswahl, wo nur noch die Personen zur Verfügung stehen, mit denen zuvor schon gesprochen wurde. Genau. Und ich denke, Dating-Option Nummer eins. Ja, Dating-Option Nummer eins ist Zipper, Pronomen he, they. Zipper, das lernen wir ganz am Anfang übrigens, heißt in der Sprache der Roboter ungefähr so viel wie große HeilerIn, große heilende Person, was auch sehr dazu passt, was Zippers Beruf ist. Zipper arbeitet nämlich im Medical Department, also als medizinischer Offizier. Und Zipper ist ein größtenteils weißer, humanoider Roboter mit schwarzen Katzenohren und Antennen darunter. Zipper hat ein blaues Kreuz auf der Brust, auf der rechten Seite. Und das Display, wo ein Gesicht quasi auf so einem Bildschirm angezeigt wird, das ist oval und ist, je nachdem, manchmal sieht es ein bisschen schwarzer aus, aber ist eher bläulich mit weißem Mund, weißen Augen, weißen, je nachdem, was der Gesichtsausdruck ist, noch irgendwie strichen oder so, um das zu verdeutlichen. Und Zipper hat außerdem ein Fach am Bau, wo Zipper Sachen verstauen kann. Und wir erfahren relativ am Anfang, dass grundsätzlich die Guardians, also diese Alien-Roboter, mit neutralen Pronomen, also They-Them-Pronomen, angesprochen werden oder gegenseitig von sich reden. Und bei Zipper ist es so, dass wir im Verlauf des Spiels herausfinden, dass Zipper gerne ihr In-Pronomen ausprobieren möchte, weil er findet, dass das irgendwie so einen nicen Klang hat. Und genau, möchte mal schauen, ob das eine Option ist, ist aber auch mit They-Them-Pronomen komplett fein. Generell ist es, glaube ich, so, dass in der Sprache von den Alien-Robotern keine gegenderten Pronomen verwendet werden, aber dadurch, dass sie auch Kontakt mit anderen Spezies haben quasi und lernen, dass zum Beispiel Menschen oft gegenderte Sprache verwenden, gibt es manche von ihnen, die eben auch gegenderte Pronomen ausprobieren, so wie unsere Dating-Option Nummer zwei. Das ist Zero. Möchtest du mal das Bild von Zero herzeigen? Ähm, ja. Zero benutzt sie und they-Pronomen und später erfahren wir, dass Zero den eigenen Körper tatsächlich auch anpassen hat lassen, um eine femininere Gestalt zu haben oder zu imitieren beziehungsweise zu erreichen. Ja, wir sehen, wir haben einen weißen Roboter mit eben mit femininer Präsentation, auch ein schwarzer Bildschirm im Gesicht, das Gesicht eher so unten ein bisschen spitzer und sonst ovaler, mit so einem Gesicht mit einem weiß-lila Leuchten und so zwei Antennen. Ähm, Zero ist unser Happiness-Manager auf T3R4 beziehungsweise Neo-Terra und unser Job und Lebensberatung eigentlich. Ja, genau. Und so begegnen wir ihr dann auch. Genau. Und wir erfahren dann auch, wenn wir etwas mehr mit ihr reden, dass sie diese feminine Präsentation auch gewählt hat, weil sie das Gefühl hätte, nachdem sie so ein bisschen die menschliche Kultur studiert hat, und wenn ich mich richtig erinnere, sehr geprägt durch Soap-Operas und Reality-TV und sowas, dass sie den Eindruck hatte, durch so eine feminine Präsentation würde sie auch nahbarer wirken und als könnten die Leute sich ihr Gegenüber mehr öffnen. Aber sagt auch ganz klar, dass ihr das gefällt und dass das ja jetzt nicht nur eine Entscheidung war, um nahbar zu wirken, sondern auch, weil es ja quasi ihr entspricht und sie das gut findet, so. Ja. Genau. Drei haben wir dann tatsächlich noch. Und zwar wäre die nächste Dating-Option Fern. Fern finde ich super cool. Ja. Benutzt Date-Emp-Pronomen. Wir haben einen Rost... Ah, das Bild ist eh auch schon da. Wir haben einen rostbraunen Roboter mit nur einem Auge, der so ein bisschen an die Roboter aus Das Schloss im Himmel erinnert. Er ist teils überwuchert von Pflanzen, sieht weniger modern aus als Zipper oder Zero. Also schon sieht aus wie ein älteres Modell. Wir erfahren dann aber später, dass Day auch nicht älter ist als die anderen Alien-Roboter, die wir auf dem Planeten haben, nämlich auch so circa 20 bis 25 Menschenjahre. Also ein bisschen über 100 ist es, wenn ich mich richtig erinnere, für die Guardians. Ja, und auf einem seiner Arme sitzt ein blaues, einem Eichhörnchen ähnliches Wesen. Wir haben auch andere Tiere, die auf ihm wohnen. Zum Beispiel auf seinem Rücken ein vogelartiges Wesen, das dort auch ein Nest gebaut hat. Und einen, ja, ein Wesen, das eigentlich aussieht wie Harko in Drachenform. Genau, und Fern ist quasi Chief Eco-Officer und erzählt uns auch ganz viel über das Klima und den Planeten und kann wahnsinnig cool infodampen. Also wirklich. Ja, also wenn wir die Option wählen, Fern darf uns mehr erzählen, dann ist das aber auch so. Das verdient wirklich die Bezeichnung Infodamp. Also wir erfahren richtig viel. Es wird aber zum Glück auch nachher, also das Erste können wir mitlesen und irgendwann wird dann auch nur noch, sagt das Spiel dann, dass uns mehr erzählt wird. Das heißt, wir sitzen da jetzt auch nicht drei Stunden und hören uns Sachen über die Ökologie des Planeten an. Aber wir erfahren da schon auch richtig viel und merken auch, dass die Leute, die das Spiel gemacht haben, sich viele Gedanken gemacht haben, wie das auf diesem Planeten funktionieren kann, was ich sehr cool finde. und einfach auch diese vielen Referenzen zu Studio Ghibli-Filmen alleine in dieser Person fand ich richtig cool, vor allem beim ersten Mal spielen, aber jetzt immer noch. Genau. Voll. Aber es wird nicht nur gesagt, dass Fern uns mehr erzählt, sondern Envys Gedanken sind ja auch, dass Envy dann irgendwann mal aussteigt bei der was weiß ich wievielten Statistik zu was weiß ich was. Zum Klima war es, zu den climatic breakdowns der einzelnen von den fünf Jahreszeiten, weil wir zu jeder Jahreszeit eine statistische Erklärung bekommen, welche wie das Wetter und was auch immer noch da aussieht. Ja, also da kommt richtig viel. Also es war aber auch so, es war richtig nice und du konntest auch merken, wie begeistert Fern davon ist, von all diesen Sachen, die sie so erzählt und hat auch zwischendurch immer, auch generell, wenn wir im Gewächshaus waren, irgendwo an den Pflänzchen, die da sind, so verweckte Blätter oder so zwischendurch abgezupft und sich in den Mund gesteckt und wir dachten erst, dass Fern die ist, aber die wurden da nur gesammelt, um da nachher noch was draus zu machen. Also es gab da auch immer schon so kleine Sachen noch nebenbei, die jetzt nicht direkt dafür da waren, um irgendwie ja diese Dating-Sim-Sache zu machen, sondern auch, um die Charaktere ja so ein bisschen runder zu machen und ihnen mehr Charakter zu geben und so. Ja, voll. Ich möchte noch erwähnen, dass Fern unglaublich gerne wandern geht und was vielleicht auch relevant ist, dass Fern auch unheilbar krank ist tatsächlich als Roboter. Ja, genau. Und vielleicht, weil wir die ganze Zeit von Dating-Optionen sprechen, alle unsere Dating-Optionen sind übrigens auch Freundschafts-Optionen in diesem Spiel. Das habe ich vergessen zu sagen. Wir können am Ende die Personen nicht nur daten, wir können auch mit denen auf ein Friend-Date gehen quasi. Genau. Was auch so, ja, sehr cool ist einfach, weil vielleicht auch für Leute, die sich am Ende nicht entscheiden können, mit wem sie das Date am Ende haben wollen, weil einfach so viele coole Charaktere da sind, oder? Ja, weil Mensch zwar dieses Dating-Sim spielen möchte, aber Dating jetzt vielleicht nicht so, weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen repulsed von der Idee sind oder so. Aber zwei fehlen uns noch. Genau. Wir haben noch Forge. Genau. Forge ist unsere vierte Dating-Option, Pronomen they, them. Forge ist ein grauer Roboter mit braunen Flecken, vielleicht Rost oder Dreck. Das Grau sieht sehr, ja, Eisen- oder Stahl-mäßig aus. Und Forge hat eine Verletzung am Becken, ist insgesamt sehr muskulös, mit breiten Schultern und hat ein blaues Auge. metallene Augenlider, die so benutzt werden, um auch verschiedene, ja quasi Gesichtsausdrücke zu simulieren und hat zwei Antennen. Forge ist immer beschäftigt, egal wann wir ihn treffen, äh, wann wir sein Treffen in diesem Spiel und ist immer am Arbeiten und, ähm, ist verantwortlich für Technologie und Konstruktion. Forge lebt nach dem Motto, ich habe keine Hobbys, ich arbeite immer. Ja. They sagt das auch so. Ja. Aber they mag die eigene Arbeit. Also, immerhin. Oh ja, sehr. Und auch nicht alles ist irgendwie so direkt Arbeit im Sinne von so bezahlte Arbeit, aber selbst wenn Forge etwas macht, was jetzt nicht direkt so, äh, zu Forge irgendwie Positionen als Officer oder so gehört, dann wird trotzdem irgendwas gewerkelt. Wir haben da zum Beispiel eine Situation in diesem Spiel, wo auf einmal eine kleine Ratte auftaucht, die wir, die wir helfen mit einzufangen und wo wir beide etwas in Panik geraten im Zuge dieser Fangaktion, weil weder Forge weiß, was da unterwegs ist, außer dass Forge gehört hat, dass da irgendein Wesen unterwegs ist und wir helfen dann dabei, das einzufangen. Und als wir dann erschrecken und in Panik geraten, gerät Forge auch in Panik. Und ja, es kommt dann aber raus, dass es eine kleine Hausratte ist. Ein sehr, sehr cutes kleines Wesen. Sehr flauschig auch. Und jedenfalls, warum ich darauf komme, ist, dass Forge dann einen Käfig für diese Ratte baut. Nicht unbedingt aus der Motivation heraus, dass sie eingesperrt werden muss oder so, sondern weil Forge auch Angst hat, dass der kleinen Ratte was passieren könnte, weil uns als Enbi passiert es nämlich auch, je nachdem, welche Wahl wir treffen, dass wir in dieser Werkstatt stolpern über irgendwelche Teile, die rumliegen. Und genau, dann baut er so einen riesigen Käfig und überlegt auch noch, ob er diesem Käfig eine KI geben soll. Aber das Ganze ist nur für den Übergang, weil er dann auch sagt, dass wenn irgendwann mehr Zeit ist, dass Forge der Ratte einen Käfig bauen möchte, der besser zu so einem intelligenten Wesen passt, als dieser Käfig, den Forge als klein bezeichnet und den wir aber als riesig bezeichnen. Ja, das war einfach sehr cute. Genau, dann haben wir noch eine menschliche Dating-Option, nämlich Pierre. He, him. Ja, Pierre ist eine Person mit relativ breiten Schultern, männlich, trägt einen Seitenscheitel, hat längere braune Haare und einen Undercut beziehungsweise Sidecut, trägt einen goldenen Ohrring und ein weißes Shirt in Strickoptik, einen Jeansfarbenen Cardigan und darüber eine braune Schürze oder einen braunen Overall, hat blaue Augen, spricht Französisch und da gibt es auch ein cooles Gimmick mit einer Übersetzungsfunktion, weil alle Menschen auf Neo-Terra beziehungsweise T3R4 so ein Armband mit so einer Übersetzungsfunktion kriegen und die wird dann eventuell je nachdem, ob man mehr Zeit mit Pierre verbringt oder nicht, auch mal ausgeschaltet, aber sonst übersetzt sie alles. Ja, genau. Genau, für die Leute, die jetzt gerade hier auf Twitch zusehen und die Bilder sehen, wir hatten gerade zwei Bilder, die nicht ganz zu der Beschreibung passen, weil wir einmal die Version haben von Pierre, als Pierre gerade mit uns auf Neo-Terra angekommen ist. Da hatte Pierre noch lange braune Haare, einen etwas schmuddelig aussehenden Pulli, einfach weil Pierre vorher auf der Straße gelebt hat und, naja, Selfcare da nicht unbedingt so möglich ist. Und gerade haben wir ein Bild eingeblendet, auf dem Pierre eine schwarze Jacke trägt und ein Shirt mit einem Druck, der aussieht wie so ein Anzug. Ja, das ist das Bild dann bei dem potenziellen Date. Tatsächlich, Pierre ist, glaube ich, die Person in diesem Spiel oder Charakter in diesem Spiel, der am häufigsten das Outfit wechselt. Ja, definitiv. Mit Abstand. Ja. Und Pierre möchte auch gerne Schauspieler werden und macht dann auch bei einer Schauspielproduktion mit im Laufe der Zeit. Genau. Und ist bisexuell tatsächlich. Genau. Ich denke, jetzt reden wir gar nicht viel weiter. Es gibt dann noch einen coolen Charakter, der unser Boss ist, aber keine Dating-Option und auch keine Friend-Option, weil er tatsächlich schon in einer verpartnernden Beziehung auch ist, aber den wir trotzdem mehrfach besuchen können im Spiel, wenn wir wollen und mit dem wir auch Zeit verbringen können. Vielleicht gibt es da noch kurz ein Bild, bevor wir... Ja, genau. Gibt es ein Bild. Schwarz hat ein paar Beschädigungen, so am Kopf auch, wo Kabel rausschauen unterm Bauch, zwei so Solarpanel auf dem Rücken oder es sieht aus wie Solarpaneele oder Raumschiffteile, was weiß ich. Genau. Zwei große blaue Augen und kein Bildschirm als Gesicht. Genau. Genau. Ich glaube, wir erfahren das genaue Alter von Ariel nicht, aber Ariel wirkt, als wäre Ariel ein bisschen älter als zum Beispiel Zipper und Fern. und Ariel arbeitet im Communication, also im Kommunikationszentrum und gibt uns ja die Aufträge für die Blogbeiträge und Newsletter, die wir schreiben sollen, um die Leute auf Neoterra, aber auch auf der Erde, auf dem Laufenden zu halten und ja, zu erzählen, was da so abgeht quasi. Genau. Und die Beschädigungen, die Ariel hat, das sind einmal am Bauch, da schaut ein Kabel raus, dann aber auch am Kopf halt und ja, wahrscheinlich noch an ein paar anderen Stellen, aber wir sehen die Charaktere nicht immer in Gänze und da erfahren wir nachher, dass es daher kommt, dass Ariel auf der Erde tatsächlich angegriffen wurde und zwar vom, ich glaube, es war sogar der Secret Service. Es ist sehr faszinierend, tatsächlich kommt da nämlich nachher, wenn wir ganz am Ende noch mit Ariel reden raus, dass Ariel auch mit der Präsidentin der USA befreundet ist dann und er wurde von ihren Bodyguards, Secret Service, ich weiß es nicht mehr ganz genau, angegriffen und beschädigt und sie hat sich dann aber irgendwann entschuldigt, weil sie ein bisschen schlechtes Gewissen hatte und so war, okay, wir haben vielleicht auf dem falschen Fuß angefangen und dann ja entsteht so zwischen den beiden eine Freundschaft und die haben wohl auch dann Kontakt dann seitdem und da kommen die Verletzungen her, die werden aber auch nicht direkt irgendwie repariert oder so, weil gesagt wird, dass es nur äußerliche Schäden sind und die sind jetzt nicht irgendwie so schlimm oder so, dass sie irgendwie Ariel großartig beeinträchtigen und dass deswegen das erst gemacht wird, wenn wirklich Zeit dafür ist. Ja, und wir müssen ganz ehrlich sagen, die meisten Alien-Roboter, also Zipper, Forge und Ariel arbeiten einfach auch viel zu viel und nehmen sich keine Downtime. Das ist auch, sie sagen uns immer, wir sollen Pause machen und uns ausruhen und sind dann selber so, ja, ich hab ab, ich muss arbeiten, ich hab jetzt keine Zeit, aber da sind wir dann tatsächlich auch als spielende Person an vielen Stellen so, okay, versprich mir, dass du auch eine Pause machst oder wir nehmen dann zum Beispiel Ariel an einer Stelle auch Arbeit ab, damit Ariel zu Shale, also der Partnerperson kann, um dann auch mit der Person Zeit zu verbringen und eine Pause zu machen. Aber, ja, die arbeiten viel zu viel. Ja, es gibt dann noch super viele Details und wir werden jetzt auch nicht auf die ganzen Szenen eingehen, sondern viel mehr, die übrigens super detailliert und cool sind und super nette Bilder gezeichnet und so, also gerne mal anspielen. Ja, sondern stattdessen wollen wir jetzt gerne auf die Repräsentation eingehen in dem Spiel oder genau auf die Repräsentation eingehen. Envy haben wir ja schon angesprochen, aber ich würde sagen, wir fangen gleich mal mit der Ace-Repräsentation an. Genau. Ja, die Ace-Repräsentation ist durch zum Beispiel Envy beziehungsweise am Anfang ja noch Adrian Clark. Envy ist Ace und Sex-Repulsed und das wird thematisiert bei einem Date mit Pierre, wo sie darüber reden, was das heißt und da bekommt Envy dann zum Beispiel auch zum Valentinstag eine gehäkelte Beanie, die in Ace-Farben ist geschenkt von Pierre und sie sprechen auch über die Themen Intimität in einer Beziehung, was Ace denn überhaupt dann bedeutet für Envy beziehungsweise für die Beziehung und auch über das Thema Kinder. Genau, und da lernen wir dann halt, dass Envy Sex-Repulsed ist und dass aber Envy schon Interesse an einer romantischen Beziehung hat. Also hier wird auch tatsächlich in dem ganzen Spiel auch nicht irgendwie dann Ace gleich Arrow Ace gleich gesetzt, sondern tatsächlich Ace heißt keine sexuelle Anziehung beziehungsweise in Envys Fall möchte halt auch keinen Sex haben. Genau. Aber Envy, was sich auch eben bei der Dating-Option Pierre, wenn man das durch Spiel herausstellt, ist okay mit anderen Formen von körperlicher Intimität wie Küssen, Kuscheln etc. und hat auch einen Kinderwunsch, möchte damit aber warten, bis nach eben eventuell noch Behandlungen, wenn diese Behandlungen dann erfolgreich sind und dass Envy Sex-Repulsed ist, wird auch thematisiert, wenn die spielende Person sich entscheidet, Zipper zu daten. Zipper fragt nämlich auch nach, also Zipper hat auch den Blog gelesen von Envy und fragt dann auch nach, wie das ist mit Intimität und so und da sagt Envy dann auch, ja, ich bin Sex-Repulsed so und da gibt's dann auch einen Vlog über die Guardians, weil offenbar viele Followees von Envys Vlogs und auch von Envy auf Bumbler und sonst wo offenbar Fragen stellen über die Guardians also und da machen eben Envy und Zipper dann, wenn Zipper dann gedatet wird am Ende einen Vlog und einen nicht ablehnt, machen sie einen Vlog darüber, wo Envy Fragen stellt, wie welche Anziehungen empfinden denn die Roboter-Alien überhaupt, welche können sie empfinden, was empfinden sie nicht und da kommen wir so ein bisschen zu einem von zwei Punkten, also ich finde das Spiel super cute, aber es gibt so zwei Sachen, die mich so ein bisschen stören oder die ich nicht so toll finde und das ist eins davon und zwar erklärt Zipper dann, dass die Guardians, also diese Roboter-Aliens alle keine sexuelle Anziehung empfinden, aber alle anderen Anziehungsfälle, also genannt werden quasi sensuelle und romantische Anziehung und ästhetische Anziehung glaube ich auch, dass die alle empfunden werden können, aber eben keine sexuelle Anziehung und das finde ich so ein bisschen kritisch in Bezug auf Ace-Back-Rap-Repräsentation vor allem auch, weil gerade wenn es sowieso schon viel Repräsentation gibt, die irgendwie Roboter sind oder Aliens, dass da dann noch gesagt hat, ja diese Roboter-Aliens empfinden halt alle keine sexuelle Anziehung, obwohl sich die MacherInnen von dem Spiel der Tatsache schon auch bewusst sind, weil zum Beispiel wenn Pierre gedatet wird, dann wird das sogar angesprochen, dass Pierre sagt, ja ich habe mich damit jetzt nicht viel auseinander gesetzt, aber ich habe mitgekriegt, dass es quasi nicht viel guter oder dass die Meister-Repräsentation oder immer wenn ich irgendwie etwas, ein Wesen sehe, das asexuell ist in Büchern, Filmen etc., ist das immer ein Roboter oder ein Alien, da fand ich das nicht so nice, um ehrlich zu sein. Das hätte irgendwie anders gelöst sein können und ich sehe irgendwie nicht, warum Roboter keine sexuellen, also ich hätte einfach vielleicht auch einfach gerne einmal einen Roboter, der sexuelle Anziehung empfindet, I am sorry. Es wäre doch, also wieso nicht? Ich hätte dann tatsächlich Comic, Comic-Reihen im Hinterkopf, wo tatsächlich die Roboter auch sexuelle Anziehung empfinden und auch Sex haben. Gives me. Ich habe den Titel leider nicht, ich müsste es erst nachgucken, aber es gibt es auf jeden Fall. Ja, später, später. Ich habe das Gefühl, dass das vielleicht ein bisschen daherkommt hier an der Stelle, weil die Roboter halt auch keine primären Geschlechtsorgane haben, beziehungsweise doch, also Zero sehen wir ja, hat in ihrer femininen Präsentation sieht nach Brüsten aus, aber ansonsten zumindest soweit wir wissen, ja, ist das jetzt nicht großartig vorhanden und ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwie gleichgesetzt wird mit, dann können sie ja auch keinen penetrativen Sex zum Beispiel haben und dann auch keine sexuelle Anziehung haben. Ich weiß nicht, ob das die Begründung ist, aber das ist so ein bisschen, was mir in den Kopf dabei kommt und wo ich sagen würde, dass das nicht unbedingt direkt was miteinander zu tun hat. Ja, das wäre halt als Begründung, also wenn es das wäre, wäre das halt schon auch so ein bisschen nicht durchdacht, meiner Meinung nach, beziehungsweise ein bisschen unreflektiert, ein bisschen problematisch, weil Sexualität ja nicht auf primäre oder sekundäre Geschlechtsorgane beschränkt, das erste Mal und zweitens überhaupt die Frage ist, was ist bei einem Roboter ein primäres oder sekundäres Geschlechtsorgan? Ich meine, die sind alle irgendwie anthropomorph, irgendwie menschlich, es könnte aber auch alles andere sein, also, hätte ich es jetzt nicht gebraucht, dass sie sagen, dass die Roboter keine sexuelle Anziehung empfinden, aber ja. Wobei das jetzt natürlich auch reine Spekulation ist, weil wir nicht wissen, warum Kadaver Carnival Studios sich dazu entschieden hat, das genauso zu machen und andererseits kann ein Mensch es sicherlich auch positiv lesen im Sinne von, wir haben hier eine ganze Spezies, die asexuell ist und damit ist es für sie etwas ganz Normales und haben dann aber zusätzlich auch noch Enby als Mensch, der einfach auch asexuell ist. Also, das kann ich, wenn ich möchte, in beide Richtungen lesen und ich glaube, es ist wahrscheinlich hauptsächlich auch so ein Ding, weil einfach die Repräsentation allgemein halt so wenig ist, dass dann immer, wenn es dann auf Roboter, also Roboter-Ace sind, dann ist es halt so ein bisschen, okay, es ist immer in dieselbe Kerbe rein, die sind dann asexuell oder die sind als Spezies asexuell und ich könnte mir vorstellen, dass wenn die Repräsentation insgesamt größer wäre, wir da immer noch Kritik dran hätten, aber es vielleicht nicht ganz so schade wäre. Ja, ich bin eben kein Fan von der Entscheidung, aber ja. Ansonsten finde ich die Story mit Zipper auch super nice, also die Zipper-Route ist ja auch, da erfährt man auch nochmal recht viel. Ja, und auch Pierre, also dieses Ace-Flaggen-Beanie ist ja super, das trägt Envy dann auch auf den folgenden Bildern. Ja. 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 Thema Nicht-Binärität, Orca. Ja, da haben wir Envy einerseits, also die Person, die am Anfang Adrian Clark heißt und tatsächlich auch auf Neo Terra dann die Möglichkeit hat, sich selber einen Vornamen zu wählen und sich dann für Envy entscheidet. Envy wird von manchen Leuten als Kurzform für nicht-binär verwendet, wobei in dem Spiel auch ganz klar gesagt wird, dass das nur eine Selbstbezeichnung für manche nicht-binäre Menschen ist. Das heißt, es wird gar nicht gesagt, dass es für alle ist. Was ja auch gut ist, weil nicht alle nicht-binären Personen sich als Envy bezeichnen und sich mit dem Wort beschreiben. Genau. Ja, ansonsten, die Guardians nutzen grundsätzlich neutrale Pronomen und Geschlecht hat bei ihnen auch wenig Relevanz. Dadurch können sie auf jeden Fall nicht-binär gelesen werden oder sind nicht-binär gecodet. Manche bevorzugen aber halt Pronomen oder wollen das ausprobieren. Also Zero ja zum Beispiel hatten wir vorhin und Zipper mit Hi-Him Pronomen. Genau. Ja, dann haben wir eigentlich, Ich habe noch eine Sache, weil es an der Stelle ganz gut passt. Ja. Dann noch ein Bild mitgebracht von einer Stelle, wo Forge und Envy sich über Pronomen unterhalten, weil wir haben bei verschiedenen Optionen, wo wir uns mit verschiedenen Charakteren treffen, dass wir nachfragen, wie das denn aussieht mit den Pronomen, die sie für sich verwenden wollen und dann sagen wir immer, uns ist aufgefallen, viele Leute benutzen für dich die und die Pronomen, wie fühlst du dich damit? Und das haben wir unter anderem auch mit Forge die Situation und Forge wird von einigen mit I-Him Pronomen bezeichnet und da reden wir drüber und dann sagt Forge dann zum Beispiel From what experience I've had with humans It seems they will assign a gender to nearly anything. Was auf Deutsch heißt von meiner Erfahrung mit Menschen bisher sieht es so aus, als würden sie zu fast allem ein Geschlecht zuordnen. Was ich sehr treffend fand. Ja. Oh je. Ja, einerseits so traurig, dass es wahr ist und andererseits war es aber auch so situationscomic-mäßig sehr funny und Forge sagt dann aber auch, dass Forge den Leuten nicht böse ist, dass sie I-Him Pronomen für them verwenden, aber halt auch, dass Forge I-Him Pronomen für sich nicht mag und lieber they them hat und da sagen wir dann auch, dass wir dann zum Beispiel bei unserem Newsletter und Gesprächen mit den Leuten sie daran erinnern, dass eben die korrekten Pronomen verwendet werden. Das ist aber auch so ein Ding für alle Charaktere, dass wir das dann über den Blog und alles sagen, welche Pronomen sie lieber möchten. Und Forge macht dasselbe tatsächlich auch für uns, weil Forge uns dann auch fragt, welche Pronomen wir für uns verwendet haben möchten und sagt dann, dass er weiter dafür sorgen wird, dass neutrale Pronomen für uns verwendet werden, statt sie, ihr. Total. Und wenn, bevor wir jetzt weitermachen, möchtest du vielleicht noch die Bilder von Pierre und so reingeben oder von Piers Katze, weil wir eh gerade über die Option gesprochen haben, beziehungsweise weil es ja jetzt gleich so ein bisschen auch mit weitergeht. Ja, da ist es. Ah ja, das ist Piers Katze. Sie heißt übrigens Bella und die hat Pierre von der Erde mitgebracht. Ja. Genau. Die Katze ist so silberweiß, ist sehr flauschig, hat riesige Augen, das ist aber eher der Zeichenstil allgemein, würde ich sagen, und hat einen so grau-silbrig gestreiften Schweif auch und auch so ein bisschen eine gestreifte Fellfärbung insgesamt. Genau. Wenn wir weiter über Repräsentation reden, haben wir dann quasi B- beziehungsweise M-Spec Repräsentation. Da fällt erstmal auf, dass Envy Dating-Optionen unterschiedlicher Geschlechter und Nicht-Geschlechter hat. Also einerseits unter den Guardians, wir haben es ja schon vorgestellt, und auch Pierre und dann wird auch beim Wenn Pierre gedatet wird, wird in einer Szene angesprochen, dass Pierre bisexuell ist und das bringt uns so ein bisschen zur zweiten Szene, die ich nicht so toll fand. Pierre fragt nämlich, ob es für Envy Respekt oder ob es Envys Geschlechtsidentität gegenüber respektlos wäre, wenn er sich selbst als bisexuell bezeichnet oder ob er dann pansexuell verwenden müsste und dann also da wird ja quasi diese Diskussion über das Label Bi aufgegriffen, dass es einfach Leute gibt, die sagen, ja bisexuell wäre respektlos gegenüber Menschen, die nicht binär wären oder auch gegenüber generell von Transpersonen und ich finde einerseits gut, dass die Diskussion aufgegriffen wurde, andererseits fand ich nicht gut, wie es wie damit umgegangen wurde beziehungsweise wie die Sache gehandelt wurde, weil nämlich Envy daraufhin einfach sagt, ja das ist mir egal quasi, also stört mich nicht und mir hat da so eines Zeile so ein bisschen oder ein Satz oder zwei Sätze so gefehlt, dass das nicht ist, was Bisexualität eigentlich bedeutet, also dass Bisexualität und auch das Label B sich nicht auf zwei Geschlechter beschränkt, was ja eigentlich meiner Meinung nach die sinnvollere Antwort und eigentlich auch die richtige Antwort darauf wäre, zu sagen, nein, es ist nicht respektlos, weil meines Wissens nach beinhaltet B mehrere Geschlechter und nicht nur zwei oder so und so wurde halt irgendwie die Diskussion zwar angesprochen und aufgegriffen, aber es wurde halt nicht weiter darüber geredet, warum es eigentlich falsch ist, Leuten zu sagen, hey, du, wenn du dich bi nennst, dann bist du irgendwie trans oder nicht binär feindlich oder so und das ist, finde ich, schon ein wichtiges Thema, mit dem so ein bisschen anders umgegangen werden hätte sollen, sage ich mal. Ja, das war so einer von den wirklich sehr wenigen Stellen, wo ich das Gefühl hatte, da wurde etwas aufgemacht, aber die Schublade viel zu schnell wieder zugemacht und da hätte auf jeden Fall noch etwas kommen müssen oder ich hätte erwartet, dass dann zumindest im späteren Verlauf nochmal darauf zurückgekommen wird, auf diese Frage, wie das denn aussieht, weil nur die Antwort mit ja, da habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht, das passt für mich so, war eine Antwort, aber ich hätte erwartet, dass dann, weiß ich nicht, nachher bei einem Date oder so oder irgendwas im Storyverlauf nochmal was dazu kommt, das war ein bisschen schade. Ja, es war eine Antwort, aber halt keine ausreichend oder keine gute, so im Endeffekt, und es wurde halt nie wieder aufgegriffen. Ja, und nur dadurch, dass es halt keine schlechte Antwort ist, es ist halt noch nicht irgendwie eine super Situation, die wir da haben. Ja, also da hätte es deutlich noch Potenzial gegeben. Aber dann gibt's wieder, kommen wir wieder zu den cooleren Sachen. Gerne. Wir haben nämlich sowas wie eine queerplatonische Beziehung in diesem Spiel bei einem Ende. Oh ja. Wie ihr dazu kommt, das lasse ich euch rausfinden, aber es gibt ein Ende, wo Zipper und Forge als befreundete Personen, also dazu müsst ihr wissen, dass Zipper und Forge sind super gut befreundet und machen ganz viel zusammen und arbeiten auch viel zusammen, also sie sind quasi beste befreundete Personen. Und es gibt ein Ende, wo sie dann beschließen, sich als FreundInnen zu verpartnern und sogar zu heiraten. Und da haben wir, glaube ich, auch ein Bild, oder? Ja, Da haben wir ein sehr süßes Bild. Also das ist sie, im Spiel wird das eine Bindungszeremonie genannt. Da erfahren wir nachher über den Blog von Envy drüber, dass die ansteht und sehen dann unter anderem dieses Bild, wo Forge und Sippa beide so rosa Schleifchen um den Hals haben und halt auch sehr glücklich aussehen, wo Forge Sippa umarmt und im Hintergrund sieht es so ein bisschen aus mit so Lichterketten nach so einer feierlichen Atmosphäre, in der sie da sind. Zu diesem Ende kommen wir, wenn wir vorher von Sippa abgelehnt werden, als wir Sippa um ein Date bitten oder ich glaube auch, wenn wir Forge um ein Date bitten, kommt das am Ende, dann werden wir nicht abgelehnt, weil die beiden schon geplant haben, was miteinander zu unternehmen. Nee, aber wir kommen das auch, wenn wir als befreundete Personen uns am Ende mit Sippa oder Forge treffen und nicht abgelehnt werden. Stimmt, ja. Dann passiert das auch, dann heiraten sie auch am Ende, dann gehen wir zu ihnen in den Workshop, also in die Werkstatt von Forge und basteln mit ihnen an Sachen und helfen ihnen auch und dann beschließen sie sich, also diese Heirat- beziehungsweise Bindungszeremonie zu machen, weil sie ja so gut befreundet sind. Und wenn wir sie davor ansprechen, sie sagen auch immer das ganze Spiel hindurch, dass sie die besten Freunde sind und ich finde das sehr super cool und dass sie halt auch deswegen diese Bindungszeremonie machen, weil sie dann nicht bei verschiedenen Missionen weniger voneinander getrennt werden, soweit ich weiß, wenn ich mich richtig erinnere jetzt. Und weil sie dann auch das Privileg haben, dass sie dann zusammen wohnen dürfen, was sie tatsächlich sowieso tun und da sagen sie auch, dass es ungewöhnlich ist, dass sie das Glück hatten, zusammen zu wohnen, aber für Paare, die halt so eine Zeremonie hatten, ob das jetzt eine Bindungszeremonie aus Freundschaft ist oder aus, sagen wir mal, romantischer Liebe heraus, dann hat das dann halt so Privilegien mit, sie werden bei Operationen nicht so getrennt oder so lange getrennt können, zusammenleben und einfach verschiedene Bereiche des Lebens teilen, ohne dann so die Befürchtung zu haben, wir werden jetzt auf komplett verschiedene Missionen geschickt, weil das ist auch so eine Sache, die ganzen Roboter, die wir kennenlernen, gehören alle zur Unit 11, wenn ich das richtig im Kopf habe und sind halt für das Gelingen dieser Mission mit der Erde verantwortlich und das nimmt natürlich alles auch sehr viel Zeit in Anspruch und wenn jetzt eine von den beiden Personen auf einer anderen Mission wäre, könnte es natürlich auch dazu kommen, dass sie irgendwo ganz anders im Weltall unterwegs sind und dann länger getrennt sind. Ja, wobei wir auch eine romantische Beziehung haben in dem Spiel zwischen zwei Robotern, die aber trotzdem sich nicht so viel sehen. Also wir helfen, also wir reden hier jetzt von Ariel und Shale, die wir hier so ein bisschen vermerkt haben, auch unter dem Stichwort Gay-Coded Fragezeichen, die beide Day-Damp Pronomen verwenden und wo wir Ariel auch einmal Arbeit abnehmen, damit Ariel Zeit mit Shale verbringen kann, wenn wir die entsprechende Option auswählen und dann ja, da erfahren wir dann auch, dass Shale einfach auch innerhalb der Mission einen ganz anderen Job hat, ich glaube, was Archäologie Ja, genau, irgendwas mit Fossile finden und so und ja, wir erfahren nicht viel darüber, aber darum ist Shale sehr viel unterwegs und aber es scheint auf jeden Fall, wir fragen nach, also wir können dann Ariel auch fragen, dass wir gar nicht wussten, dass sie heiraten, also dass die Robert doch heiraten zu dem Zeitpunkt und dann erklärt Ariel uns das auch eben, was wir vorgesagt haben, mit auf die gleichen Missionen geschickt werden und nicht zu lang getrennt werden und solche Dinge, aber es dürfte eine romantischere Beziehung sein. Das klingt zumindest so. Ja, und dann haben wir noch, was wir oder was Fynn vorhin schon mal angesprochen hatte, wir haben die Möglichkeit in diesem Spiel nicht zu daten, das könnten wir lesen als Möglichkeit das Spiel als Aro zu spielen, als Person, die nicht daten möchte, aber das ist nicht das Ende wie dezidiert Aro wäre oder so, es besteht einfach die Möglichkeit mit allen befreundet zu sein und dann gibt es auch die Option damit zu einem guten Ende zu bekommen oder einem Happy End. Genau, oder am Ende, also wir haben am Ende die letzte Entscheidung ist quasi, was machen wir am Valentinstag, wo wir entweder eine Person daten können beziehungsweise nach einem Date fragen können, dann können wir abgelehnt oder werden oder es kommt zu dem Date, je nachdem wie viel Zeit wir vorher mit der Person verbracht haben, außer es ist Forge, Forge lehnt einen immer ab, aber man kann sich dann anfreunden und dann Filmeabende haben mit Horrorfilmen, also das ist sehr funny, wenn ihr das Spiel spielt, nehmt auf jeden Fall einmal die Option Forge zu daten und dann werdet ihr zwar abgelehnt, aber es lohnt sich, einfach das, was danach kommt, mit dem Horrorfilm zusammen gucken, ist das einfach wundervoll. Stimmt, aber ihr müsst schon genügend Zeit mit Forge verbringen, um nicht abgelehnt zu werden, sonst funktioniert das nicht, weil Forge schon was mit Zipper vorhat oder so. Genau, und es besteht auch die Möglichkeit, den Valentinstag alleine zu verbringen oder eben mit FreundInnen, hatten wir ja schon. Also es muss eben nicht gedatet werden, um das Spiel durchzuspielen, aber wenn wir schon bei den Enden sind, reden wir mal über die möglichen Enden. die wir erreichen können. Es gibt quasi so, ich würde sagen so zwei Skalen oder zwei große Sachen, Punkte, die das Ende ausmachen, nämlich einerseits date ich wen oder verbringe ich Zeit als befreundete Person mit wem oder allein und überlebt Envy oder stirbt Envy. Also es gibt quasi entweder die Möglichkeit, dass der Krebs am Ende nicht zurückgeht und Envy stirbt oder es gibt die Möglichkeit, dass die Behandlung tatsächlich funktioniert und Envy weiterlebt. Genau. Was ich da bemerkenswert finde oder anmerkungswürdig, sage ich mal, ist, dass es bei manchen Dates, also je nachdem, welche Person eins daten oder auch befrienden will, nicht möglich ist, die Person zu daten beziehungsweise den Valentinstag als befreundete Person zu verbringen und gleichzeitig zu überleben. Also die entsprechenden Enden mit Fern, aber auch mit Forge können quasi nicht erreicht werden, wenn gleichzeitig, also es gibt so zwei Punkte, die erfüllt oder wo zumindest einer erfüllt werden muss, um zu überleben. Das eine ist, die eigene Mental Health muss hoch genug sein, also wir müssen genügend in unsere Mental Health investieren und wir müssen zur Krebsbehandlung gehen, um am Ende eben zu überleben und wenn wir von Fern und Forge nicht abgelehnt werden wollen, sei es als befreundete Person oder sei es als Date, eben bei Forge im Sinne von, wenn wir nicht gleich abgelehnt werden wollen, sondern Forge trotzdem herkommt, sodass wir nach der Ablehnung Filme mit dem gucken können, dann können wir nicht gleichzeitig auf der anderen Skala hoch genug kommen, um das Spiel mit einem Ende abzuschließen, wo Envy am Ende auch lebt. Also ich kann nicht gleichzeitig zur Behandlung gehen und genügend Interaktion aufbauen, um nicht abgelehnt zu werden in den beiden Fällen und das übermittelt quasi so die Message, dass in die eigene psychische gesundheit auch investiert werden muss und das ist für mich so ja, einerseits ja, aber es fühlt sich halt in dem Spiel auch irgendwie weird an, weil quasi eine Wahl zwischen diesen beiden Skalen getroffen werden muss, würde ich sagen, beziehungsweise weil dieses Setup, auch wenn es ein bisschen so, es ist ein bisschen unübliches Dating-Sim, weil wenige, also eigentlich nicht so viele Auswahloptionen sind, würde ich sagen, sondern es einfach genügend Interaktion, quasi, aber es ist dann trotzdem, dadurch, dass es ein Dating-Sim ist, sind vielleicht doch viele Personen geneigt, eher so romantische Sachen auszuwählen, statt jetzt, keine Ahnung, zur Behandlung zu gehen oder in die eigene Mental Health zu investieren, ich weiß nicht. Ja, ich fand das auch einerseits schade, tatsächlich, also wirklich schade, weil ich glaube, ein fröhliches oder ein, ja, wie es da bezeichnet wird, gutes Ende mit Forge oder Fern, wäre auch sehr cool gewesen, wenn das möglich wäre. Andererseits finde ich es nachvollziehbar, so aus einer Spoonie-Sicht, also von einer Person, die halt nicht genug Energie und Kraft hat, um alles zu machen, dass hier wirklich eine Entscheidung getroffen wird, nehme ich jetzt meine Energie und investiere die dahin, zu meiner Behandlung zu gehen oder gehe ich zu Person XY, um mit ihr zu interagieren, also das finde ich nachvollziehbar, in der, ja, so drastisch, wie es da ist, ja, finde ich einfach schade, weil ich glaube schon, dass, vor allem, weil wir ja auch mit anderen Leuten quasi Happy Endings haben können, in denen, also die, wo wir dann weiterleben, weil Happy Ending ist auch eine komische Bezeichnung dafür, aber die Enden, wo wir weiterleben und daten, sind ja mit anderen auch möglich, deswegen finde ich es sehr schade, dass es so gemacht wurde, auch wenn ich dann stellenweise das Gefühl hatte, oh ja, ich finde, hier wird klar, dass eine Person nicht immer alles machen kann, weil nicht immer für alles Zeit und Kraft und so da ist. Ja, ich finde es halt so ein bisschen, gerade bei Ferns ein bisschen schade, weil Fern halt die eine andere Person ist, die unheilbar krank ist, wo ich mir denken würde, der Austausch wäre schon auch etwas Positives, auch wenn es gibt so eine Stelle im Dialog, wo Fern quasi nahe legt, dass Day keine oder akzeptiert hat, dass Day bald sterben wird allerdings und dass Day hofft, dass das nicht der Grund ist, warum Envy nicht bei der Behandlung war oder so und das ist aber schon auch der Unterschied, dass für Fern, das ist übrigens, die Geschichte von Fern ist übrigens sehr spannend, finde ich, aber das könnt ihr auch mal durchspielen für die Details, dass für Fern halt wirklich schon alles versucht wurde, was möglich war oder ist und eigentlich mehr, weil Sipper mehr getan hat als das, was möglich ist oder möglich war in der Gesellschaft der Roboter also sehr gesellschaftliche Konventionen auch gebrochen hat, um Fern eine zweite Chance zu geben, die er jetzt auch schon bekommen hat und die Day schon lebt, aber ich denke dann trotzdem, dass der Austausch zwischen Envy und Forge auch Zero sagt, dass an irgendeinem Punkt mal, wenn die spielende Person sich öfters mit Zero trifft, dass das ihnen vielleicht auch gut tut. Ja, wir haben auch mit Fern finde ich sehr Gespräche, die auch sehr wichtig sind, einfach weil Fern auch sehr für mich als spielende Person Sachen sagt, die sehr zum Nachdenken anregen, weil Fern darüber spricht, dass manche ja irgendwie den Tod suchen und gleichzeitig Angst davor haben und dass Leute, die vielleicht eigentlich gar nicht sterben wollen, also zum Beispiel bezogen auf eine tödliche Krankheit jetzt, aber doch irgendwie Angst haben zu leben gleichzeitig und das meiste aus der Zeit zu machen, die noch da ist, das fand ich irgendwie ja auch sehr nice, aber auch allgemein sehr nice an dem Spiel, weil auch viel darauf eingegangen wurde auf die Erkrankung von Envy und allgemein auf Mental-Health-Thematiken. Envy hat zum Beispiel auch Anxiety, also Angststörung und das wird an mehreren Stellen tatsächlich auch thematisiert und ja, das fand ich einfach auch ja, sehr schön, dass es relativ viel Raum eingenommen hat auch und halt vor allem fand ich auch bei den Dialogen mit Fern relevant war. Das liegt aber quasi an dem Setup als Dating-Sim und daran, dass ein Spiel halt auch seine Grenzen hat, also das ist jetzt keine großartige Kritik an dem Spiel, aber ist glaube ich bei jedem Spiel so ein bisschen schade, dass nicht Freundinnenschaften und Dating-Optionen nebeneinander aufgebaut werden können, sondern man muss sich als spielende Person oder die spielende Person muss sich für eines davon entscheiden, aber ich meine es ist halt auch ein Visual Novel so ein bisschen und hat auch nur eine gewisse Spielzeit, also ist das wohl auch dem geschuldet. Ja, also es ist weniger so eine direkte Kritik, sondern eher so ein, ich glaube von meiner Seite zumindest so ein allgemeines, was auch, also ich spiele jetzt nicht super viele Dating-Sims, aber die, die ich mal ausprobiert habe, fand ich dann immer so schade, dass ich immer mich eigentlich sehr auf eine Person konzentrieren musste und dann halt den Rest der Story beim nochmal spielen erst rausgefunden habe, was aber glaube ich auch so ein bisschen das Konzept dieser Spiele ist, soweit ich das verstehe. Also in dem Sinne wäre es nicht eine direkte Kritik, sondern es ist einfach, ja, ich finde es ein bisschen schade, auch weil ich es ganz cool fände, wie hier in dem Spiel auch vor allem, wenn ich gleichzeitig zum Beispiel eine tiefere Freundschaft mit Forge aufbauen könnte, während ich aber gleichzeitig, weiß ich nicht, Zero datee. Das wäre eigentlich so ganz schön, weil es auch zeigen kann, würde, dass ich nicht meine ganze Kapazitäten irgendwie auf diese Dating Situation schieben muss, sondern, dass halt ich auch gleichzeitig eine Freundschaft pflegen kann. Und ich glaube, das wäre eigentlich so ein ganz nice Zeichen. Voll, wenn wir schon dabei sind, Orca, welches Ende hattest du als erstes? Mein erstes Ende oder meine zwei ersten Enden waren das Neutral Sad, also das Neutral Traurige und Zipper Sad Ending, also das traurige Ending mit Zipper. Ja, das ich nicht schaffe, das ist das einzige Ende, das ich noch nicht geschafft habe. Ich weiß auch nicht mehr, wie ich dran gekommen bin. Ich habe heute noch ein paar Mal versucht, das wieder zu erreichen und ich schaffe es nicht. Ich habe entweder, dass Zipper mich ablehnt und Zipper und Forge dann die Bindungsteremonie machen oder dass ich mit Zipper am Ende zusammen bin. Ich weiß nicht mehr, wie ich das Sad Ending hinbekommen habe. Ich weiß nur, dass, wo ich das zum ersten Mal gespielt habe, das Spiel selber in einer Phase war, wo meine Mental Health deutlich schlechter war als der Zeit und vielleicht war es dann irgendwie einfacher, die Option zu wählen, die mich dahin bringt. Ich weiß es nicht. Ja, keine Ahnung. Ich habe es nicht geschafft. Was war denn dein erstes Ending? Also, ich hatte als erstes, ich habe vorhin noch nachgeschaut, ich hatte die Errungenschaften Positive Vibes Only, die eins quasi bekommt, wenn das Spiel so durchgespielt wird, dass die Optionen, also, dass immer positive Optionen ausgewählt werden, wenn es um die Frage geht, zum Beispiel, also um Frage nach Hoffnung geht und so Sachen, also die Optionen, die auch deine Mental Health Skala boosten in dem Spiel und ich hatte Neutral Sad gleichzeitig. Also, ich habe niemanden gedatet, bin aber auch nicht zur Behandlung gegangen, glaube ich, und dann gestorben. Was auch irgendwie so vom nur anhören ohne das Spiel zu kennen, glaube ich, auch eine kuriose Kombi ist, gleichzeitig Positive Vibes Only zu bekommen und dann das Neutral Sad Ending. Aber es macht tatsächlich Sinn, wenn Mensch das Spiel kennt. Ja, ich hatte dann als zweites Neutral Good tatsächlich. Also, dasselbe nur mit Überleben. Neutral Good war eines der letzten Endings, das, was ich erst jetzt vor kurzem beim nochmal spielen bekommen habe. Ja, well, welches Ende mochtest du am liebsten? Ich finde es ein bisschen schwer zu ranken, weil ich verschiedene Enden tatsächlich sehr nice fand, aber ich würde sagen, ich glaube, die Lieblingsenden wären Neutral Good mit Best Friends Forever, also, wo ich nachher kein Date habe und tatsächlich überlebe und wo Forge und Zipper die Bindungsteremonie haben. Und was ich auch richtig gut finde, auch wenn es in dem Sinne traurig ist, dass wir sterben, ist das Ending mit Fern, weil das einfach sehr wholesome ist, weil ja, der Umgang von Envy und Fern miteinander ist auch einfach sehr cute und sehr auf Rücksicht miteinander bedacht, wobei das bei den anderen jetzt auch ähnlich ist, aber ich weiß nicht, es war auch irgendwie so, weil beide halt eine Krankheit haben, die sie wahrscheinlich bald um, ja, wo sie bald sterben werden, ich weiß nicht, war das nochmal ein ganz anderes Miteinander? Ja, voll, aber auch tatsächlich auch das Ende, also einerseits das Ende mit dem Date, aber auch das Freundesende, wo sie dann gemeinsam in das Vogelhaus gehen. Ja, also das definitiv, auch wenn wir dann nicht überleben, eins meiner Lieblingsenten. Aber ich fand auch Ende mit Forge und mit Zippa fand ich sehr cool Enden, also wie ich eben schon angedeutet habe mit Forge einfach Filmeabende machen, finde ich einfach super und Ende, das Dating Ende mit ist einfach auch sehr cute. Und bei dir? Jo, ich habe auch zu viele. Nee, aber ich finde auch, dass Neutral Good und Best Friends Forever, also wo Zippa und Forge am Ende heiraten, finde ich mega. Filmabende mit Forge sowieso, ich glaube. Und sonst von den Dating-Optionen, wenn ich jetzt nicht Forge nehme, wo man, wo eben Filme angeschaut werden, würde ich wahrscheinlich, also das Ende, wo Pierre gedatet wird, finde ich auch sehr, also ich weiß nicht, einfach sehr wholesome, abgesehen von der B-Stelle, die ich ja schon angesprochen habe. Ich meine, Ananas auf Pizza, bitte. Wobei, das kommt, glaube ich, schon vorher, das kommt schon vor dem Date, aber es gibt auch sowohl das, wo Envy stirbt, als auch das, wo Envy überlebt. Also es ist bei Pierre ist nämlich das eine Ende, das, wo du überleben kannst, ohne zur Behandlung zu gehen, indem du Envy, wenn es dir schlecht geht, Hilfe holen, nicht Envy, Pierre, wenn es dir schlecht geht, Hilfe holen lässt. Das fand ich schon sehr, sehr gut, denke ich, oder ich fand es sehr gut gemacht und ich fand, wir hatten, magst du mal, ich habe deinen Screenshot gemacht, genau, hast du eh schon gemacht, du hast den schon eingeblendet. Der Screenshot von dem Ende, wo wir überleben und Pierre daten, ist einfach, dass wir ein Kind haben, mit Pierre und Kekse machen. Das ist auch super cool, weil Pierre kocht und die Katze sowieso und das generell, es kommt einfach so viel in diesen beiden Enden und selbst dann, wenn wir quasi sterben und weil wir Pierre nicht Hilfe holen lassen, das finde ich auch, also ich fand das Ende trotzdem so, so gut einfach gemacht, ja, bis auf die B-Stelle, aber hatten wir ja schon. Ich finde es einfach schade, dass sie in dem Ende ist. Ja. Ich finde es auch schade, dass sie in dem Spiel ist, aber okay. Ich glaube, das ist auch was, was wir generell sagen können. Also es gibt so ein paar Stellen, die wir beide nicht gut fanden, aber so insgesamt gibt es einfach auch so viele tolle Sachen an diesem Spiel. Auch, du hattest es eben angesprochen, das war jetzt weniger, dass es das Spiel irgendwie super gut macht beim Thema Repräsentation oder so, aber diese Stelle mit der Frage nach der Pizza und der Ananas einfach, ich weiß nicht, ich habe die so gefeiert in diesem Spiel. Ja. Du kriegst eine Errungenschaft dafür. Es gibt so viele kleine Dinge an diesem Spiel, die einfach auch zeigen, wie viel Gedankensicht das Studio wahrscheinlich auch damit gemacht hat und wie wichtig nicht einfach nur dieser Dating-Aspekt von diesem Spiel ist, sondern diese ganze Story drumrum und die einzelnen Charaktere und das ist einfach mega nice. Voll, also Zipper und Fern haben auch noch eine voll coole Story, die wir erfahren, wenn wir mehrere Enden durchspielen und auch, dass Fern diese zweite Chance, die Day bekommt, quasi mit anderen Lebewesen teilt, die auf der Körper wohnen quasi auch oder leben, also so richtig einfach so viele, wie du sagst, so kleine Sachen und auch wie auch wie ich eh schon gesagt der Art-Style ist auch super, finde ich. Großes Plus. Ja. Das ist auch was, was du gerade angesprochen hattest mit den Wesen, die auf Fern leben. Ich fand das einfach so cool, auch wo Envy und Fern darüber geredet haben, weil grundsätzlich ist es so, dass die Roboter halt auch dann bei den Robotern, die sterben, versuchen dann irgendwie die Teile wieder anderen Einsätzen zuzuführen. Also quasi, es wird auch im Spiel verglichen mit so einer Organspende. Also das halt auch versucht wird, vielleicht kann das Teil von dem Roboter, der gerade gestorben ist, noch genutzt werden, um einem anderen zu helfen. Und da haben wir aber bei Fern dann die Situation, dass Fern einen Körper hat, der einfach so alt ist, dass er für sowas nicht mehr in Frage kommt. Und Fern redet dann aber darüber, dass er sich freut, dass die Tiere, die gerade schon auf seinem Leben dann den Körper weiter als zu Hause nutzen werden. Und das ist gleichzeitig so ein bisschen traurig, aber auch wieder voll schön, dass das etwas ist, was Fern glücklich macht. Und ja, das war so, das war einfach sehr schön. Ich muss einfach gerade auch echt an die Story von Zero denken, weil Zero ja auch egal welches Ende, also wenn wir uns entscheiden, Zero zu daten oder auch uns mit den Valentinstag mit Zero als befreundete Person zu verbringen, je nachdem erfahren wir mehr oder weniger, aber Zero hat ja dann auch ein Bug und braucht dann im Endeffekt auch eine Herztransplantation, zumindest wenn sich Zero überreden lässt, zu Zipper zu gehen, wenn nicht, kann Zero auch mit und sterben, aber es sind einfach auch echt viele Details. Wir lernen auch, dass Zero selber in einem Stück, das Zero geschrieben hat, mitspielt in einem Theaterstück, Finn hat das ganz am Anfang schon mal kurz angesprochen, wo Zero und Fern dann halt auch in nicht Zero und Fern, in diesem Stück spielen und da erfahren wir dann nachher auch mehr drüber. Ja, es sind sehr viele schöne Sachen an dem Spiel. Genau, voll, generell so viele Details auch von T3R4 beziehungsweise Neoterra auch, die es gibt. Und diese Pflanze, Ferns Lieblingspflanze, Fern hat eine giftige Lieblingspflanze, die eine sehr lange Inventarnummer hat, die ich jetzt nicht auswendig weiß, aber ja, I am sorry. Super viel Liebe zum Detail zu erkennen und das, also zumindest für mich macht es auch die dann im Vergleich wenigen Punkte so ein bisschen wett, dass ich immer noch sagen würde, das Spiel, also ich bin sehr froh, dass ich es gespielt habe, auch wenn zum Beispiel, das hatten wir jetzt gar nicht angesprochen, aber ganz am Anfang auf dem Weg nach Neoterra beziehungsweise während wir unsere Sachen packen, sagt Zipper noch, dass wir auf Neoterra die einzige Spezies sein werden, die irgendwie intelligent ist, also sagt da wörtlich das will be the only intelligent life und ich finde, das passt auch so ein bisschen nicht zu dem, was nachher noch passiert, wo Forge dann zum Beispiel sagt, dass die Ratte so ein intelligentes Wesen ist und das fand ich so ein bisschen schade, weil das dann auch ja quasi aussagt, dass die Roboter Intelligenz genauso irgendwie sehen und messen, wie wir das machen und dass hier, ja, dass sie das Konzept menschlicher Intelligenz, dieses Konzept, was wir nutzen, was ja auch nicht ganz unumstritten ist, verwenden, das fand ich so ein bisschen, ja, so der erste Punkt im Spiel, der mich so ein bisschen gestört hat, tatsächlich. nicht. Ja, was ist sonst noch zu erwähnenswert, was unseren Gesamteindruck angeht, oh, ich möchte, ich habe noch, mir ist gerade noch im Detail eingefallen, dass ich es super cool finde. Was denn? Wenn Envy, wie Envy ja nach, auf Neo-Terra beziehungsweise T3R4 ankommt, wird ja die URL von dem Bumbler Blog geändert, beziehungsweise Überschrift und dann steht drüber über jeden Blogbeitrag finally living up to my URL. Das finde ich so super cute. Genau. Ja, das war mega nice. Ja, dann haben wir noch Gesamteindruck, abgesehen davon, dass natürlich eher so eine, ich sage unter Anführungszeichen typische Ace-Repräsentation ist, also wir haben eine Sex-Repulsed Ace-Person und sexlose Roboter, aber ja, also was ich noch ein paar Sachen fand, die ich dann sehr cool fand, waren so Sachen, die jetzt auch nicht direkt mit der Repräsentation zusammenhängen, aber es wurde referenziert Voyager Golden Record, was 1977 mit der Voyager ins All geschossen wurde, das ist so eine Platte, also was genau ist, das weiß ich eigentlich gar nicht, aber da sind auf jeden Fall Sprach irgendwie, ich glaube Sprach- und Tonaufnahmen oder sowas drauf, oh Gott, ich hatte es nachgeguckt, ich habe es natürlich wieder vergessen, nee, ich glaube Bild- und Audio-Infos und das wird da halt auch referenziert beziehungsweise auch tatsächlich im Spiel zitiert, ein Teil von dem, was auf dieser Platte drauf war und das, ja, ist jetzt nicht für die Story an sich, wobei doch, ist es schon relevant, weil dadurch sind die Roboter zu dem Schluss gekommen, dass die Menschen, obwohl sie beobachtet haben, wie wir mit unserem Planeten umgehen, ihnen vielleicht gar nicht so krass unähnlich sind und doch irgendwo, ja, eine Spezies sind, die auf ein friedliches Miteinander aus ist und auf Freundschaft und sowas und das war auch so ein Punkt oder auch, dass auf dem Planeten, dadurch, dass die Roboter pazifistisch sind, jagen sie auch nicht oder so, das heißt, das Essen, also es gibt Fleisch, aber das ist synthetisches Fleisch und sie sagen aber auch, den Menschen ist es nicht verboten, irgendwie zu jagen auf dieser Erde und obwohl ich also persönlich ethisch und so voll dabei wäre auch zu sagen, ne, jagt mal nicht, da finde ich es irgendwie cool, dass in diesem Spiel dann so die Roboter sagen, wir machen das nicht, aber wir verbieten es nicht. Ja, beziehungsweise sagt Envy ja auch, es ist eigentlich nicht nötig, weil sie haben alles. Genau. Oh, ich glaube, aber eine Sache, die ich so ein bisschen negativ noch sehen würde, wir haben bei einem Gespräch mit Ariel, wo wir auch über Shale reden, sagt Ariel zu uns, I hope that you will find a love like I have someday. Also, ich hoffe, dass du irgendwann eine Liebe wie ich finden wirst und Envy freut sich darüber und stimmt dem auch zu. Ja. Aber es wurde jetzt nicht irgendwie vorher klar, dass Envy halt genau das sucht. Das heißt, wenn es jetzt der Fall wäre, dass Envy halt nicht so eine romantische Liebe möchte oder so eine Liebe, weil sie halt nicht so genau definiert wird in dem Spiel, wie Shale und Ariel sie haben, wäre dieser Kommentar halt schon, ja, ähm, bisschen unprompted. Könnte verletzend sein, bisschen unreflektiert, also, das wäre noch so ein Punkt, wo ich mir dachte, okay, er passt zwar jetzt für den Charakter, den wir spielen, aber allgemein, ja, den Kommentar hätte es auch nicht unbedingt gebraucht oder er hätte auch anders formuliert werden können, dass es vielleicht nicht unbedingt so ist, you find a love like I will, sondern irgendwie mehr was, dass du das findest, was du dir wünschst, zum Beispiel. Ja, was wir dann noch so ein bisschen, was wir dann noch so notiert haben, ist, dass natürlich bei solchen Spielen oder das gerade in einem Spiel mit Aceback-Repräsentation vielleicht auch eine QPR-Route ohne romantische Anziehung explizit nice gewesen wäre so, also jetzt auch wieder, das Spiel ist aufgrund des Formats natürlich beschränkt und auch mit der Länge und so und es ist halt immer noch ein Visual Novel, wo vielleicht nicht so viel Raum ist, aber das wäre halt auch mal nice, das zu haben, sage ich mal, statt auch immer eben alloromantisch Sex-Repulsed Ace und so oder eben auch einfach nicht zu daten. Ja, und die Message Mental Health muss gut sein, um zu überleben, das finde ich halt auch so ein bisschen zweischneidig, aber okay. Ja, ist auch so, ich sehe es einerseits, andererseits bin ich auch nicht sicher, wenn meine Mental Health jetzt komplett schlecht ist, dass ich dann unbedingt sterben muss, sehe ich auch nicht so unbedingt. Und du fandest es anfangs verwirrend, ich nicht. Ja, ich hatte tatsächlich, ich habe das letztes, Anfang letzten Jahres zum ersten Mal gespielt, das Spiel, und ich habe nicht gecheckt, glaube ich, dass der Zusammenhang zwischen Mental Health und Überleben besteht. Ich glaube, das war so eine meiner Schwierigkeiten, dass ich das gespielt habe und habe so Antworten gewählt, die meinem mentalen Zustand damals auch so entsprachen und dann so sehr pessimistisch, depressiv so an dieses Spiel rangegangen und auch den Charakter dann so antworten lassen und war dann, glaube ich, verwirrt, wie ich irgendwie an ein Ende kommen soll, das als gutes Ende bezeichnet wird. Ich glaube, es war tatsächlich dieser Zusammenhang Mental Health und Überleben. Ich hatte das Problem irgendwie gar nicht selber, ohne es so zu benennen, aber für mich war halt relativ klar, wie ich zu welchem Ende komme dann nach, ziemlich schnell tatsächlich. Ja, ich denke, mach mir die Frage mal so, würdest du es empfehlen? Definitiv. Ich würde vielleicht, wenn ich es empfehle, noch dabei sagen, dass dieser Punkt mit dem B nicht so nice war und gegebenenfalls, was wir jetzt halt hier in der Folge gesagt haben, so Punkte, die uns nicht gefallen haben, ansprechen, aber ich würde es definitiv empfehlen. Ich finde es ein sehr schönes Spiel. Ich habe es auch gerne nochmal gespielt, mehrfach gespielt und ja. Ja, ich denke, auch für Leute, die oder für Personen, die Visual Novels mögen oder gerne Dating Sims spielen, ist es sicher super nice und die queere Repräsentation ist zu einem sehr großen Teil ja auch sehr gut, eben bis auf die erwähnten Punkte. Ja, das heißt, du würdest das auch empfehlen? Ja, ich würde es tatsächlich auch empfehlen mit der Anmerkung, wenn du keine Dating Sims spielst, musst du es dir nicht anschauen und wenn du nichts lesen willst, dann auch nicht und das sind die Probleme, die ich sehe, aber sonst ist es gut und das Art is nice. Stimmt, das ist, glaube ich, was wir noch ausdrücklich erwähnen können. Also, hier ist viel zu lesen in diesem Spiel, also, da muss Mensch schon Lust zu haben, aber ja, wenn das für euch grundsätzlich was ist, dann auf jeden Fall go for it, ja, lohnt sich, würde ich sagen. Ja, dann würde ich sagen, sind wir eigentlich relativ am Ende. Ich würde dann sagen, wir hätten wie immer gerne Vorschläge, was ihr wollt, dass wir uns ansehen an Repräsentation und worüber wir reden wollen. also einerseits könnt ihr uns einfach irgendwelche Medien hinschmeißen, also Bücher, Filme, Serien, Spiele, Geschichten oder so, die wir dann uns anschauen und euch dann was zu erzählen, wenn ihr wollt oder auch nicht, oder anderen was zu erzählen, entweder live oder einfach auch dann mal in einer regulären Podcast-Folge. Eventuell, also gerade, wir haben ja auch gesagt, wir würden uns, wir möchten gerade Spiele auch gerne mal streamen, also Ace in Space wird sicher auch nochmal gestreamt von uns beiden in den nächsten Monaten. Wir haben ja jetzt auch diesen Twitch-Kanal hier, falls ihr da mehr von sehen wollt, ohne es selber zu spielen und vielleicht ohne den Text zu lesen, wir lesen ihn dann sicher auch hervor. Und Möglichkeit 2 ist einfach, gebt uns Themen oder ein Thema im Umfeld von Repräsentation und dann reden wir da auch darüber. Genau. Dann gibt es eigentlich nur noch eine Frage heute, Orca. Weißt du was? Was nehmen wir mit? Ja, genau. Was nimmst du aus der Folge mit? Oje, da hätte ich vorher auch schon mal drei Sekunden darüber nachdenken können, fällt mir gerade auf. Was nehme ich mit? Ich nehme mit, mein Brain is blanking out. Ich nehme auf jeden Fall mit, dass es sehr viel Spaß macht, mit dir darüber zu reden, speziell über dieses Spiel, aber auch generell über Repräsentation. Wir hatten ja vorher schon mal eine Folge gemacht und das ist einfach sehr nice, sich auch nochmal genau anzugucken, solche Spiele, von denen ich vorher schon dachte, ich finde sie cool, aber dann nochmal genauer zu gucken, was sind die coolen Stellen, was sind vielleicht auch die Stellen, wo ich Kritik dran habe und ja, das Ganze so ein bisschen genauer zu betrachten und ja, so ein bisschen zu analysieren. Ja, ich glaube, ich nehme mit, dass ich das sehr cool finde. Ich nehme mit, dass die wichtigste Frage auf diesem Planeten und über darüber hinaus in diesem Universum ist, was hältst du von Ananas auf Pizza? Oh ja, das ist, das ist die wichtigste Frage. Und ein bisschen auch, dass auch, wenn ich das Spiel grundsätzlich gut finde, dass ich mich auch freue, mit dir über weitere Ace-Black-Repräsentation zu sprechen und dann vor allem auch mal über Repräsentation, die weniger in Richtung Ace-Sex-Repulsed geht oder Ace-Alo-Romantisch oder so. Bin ich schon sehr gespannt drauf. Ich meine, ja gut, zuletzt hatten wir auch Aloe-Aro-Repräsentation, also ist es nicht so, als hätten wir bislang nur das gemacht, aber ich bin mega gespannt, was wir uns sonst noch anschauen in Zukunft und ich freue mich sehr, dass tatsächlich, also ich meine, jetzt sind schon wieder weniger Leute, aber es waren vorher ziemlich viele Leute zuhören. Oh ja, das ist auch sehr cool. Das hat mich sehr gefreut. Aber dann sind wir auch schon soweit und ich, wie gesagt, vielen Dank euch allen fürs Zuhören. Ja, die Redaktionsleitung dieser Folge hat Orca Delfin übernommen. Im Vorbereitungsteam waren eben Orca Delfin beziehungsweise ich mit dabei. Den Schnitt wird MeToo übernehmen, soweit ich weiß. Und ja, dann vielen Dank. Wie gesagt, jetzt seid ihr dran. Schreibt uns, meldet euch, schreibt uns Ideen, was wir alles anschauen können, worüber wir reden können oder auch, wenn ihr mithelfen wollt bei Inspektren, meldet euch gerne. Wir brauchen immer Leute für Schnitt, Qualitätskontrolle, aber auch für andere Sachen. Oder ihr schreibt uns einfach Folgen, Ideen oder was ihr von dieser Folge gehalten habt oder von anderen Folgen oder was ihr noch gerne sehen würdet, hören würdet. Und wir setzen das dann gerne um beziehungsweise schauen und wir es umsetzen können. Wo könnt ihr uns erreichen? Ihr findet uns auf unserer Homepage unter Inspektren.eu auf Instagram unter Inspektren unterstrich Podcast. Aber wir haben auch Facebook, Twitter, Mastodon und einen YouTube-Channel. Außerdem auch noch Twitch seit neuestem, wie ihr hoffentlich jetzt wisst. Ihr könnt uns aber auch eine E-Mail schreiben unter Inspektren at gmx.net Aber das findet ihr alles auch in den Shownotes und ihr könnt uns finden auf dem Aceback German Discord-Server. Da haben wir einen Kanal, in dem ihr uns schreiben könnt und ja, genau. Oder ihr findet uns auch mal im Voice-Chat. Und das war's dann. Tschüss! 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 Tschüss!